So, das ist hier der Hauptpool im Makradi Beach. Hier sind jetzt keine Wasserrutschen, aber man kann den Aquapark vom Jazz Aquaviva kostenlos mitnutzen. Da fährt alle halbe Stunde ein Shuttle von hier zum Aquapark und wieder zurück. Nur mittags von 12 bis 14 Uhr ist eine Pause und danach ist es wieder, dass man das eben halt einfach entlasten kann. Und hier geht es jetzt weiter zum Beach.